moin liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge dead by daylight heute mit den kleinen baby und heute den großen spiele gamer heute spielen wir dead by daylight mal wieder oder schon wieder bald kommt auch satzes noch wenn wir neu anfangen also wird wie ein bauprojekt sein wie tag ist das macht kenne ich nicht wirst das ja auch egal wer das ist relevant für die lassen gerne ein like und ein abo da und keine weiten folgen zu fassen ja und unsere links den unten in der video beschreibung hier links free discord youtube mein kanal shabby kanal ich muss den upload anhalten morgen kommt der 24 wenn ihr das video sieht ist es dann am 30 um 17 uhr kommt dann das meine video online na ich habe ja schon zu viel vor produziert und es war wieder zehn ausnahmen oder 20 für die anderen auf ganzen tags ganzen tag mein internet gehen sollte in urlaub kann dich auch lang live gehen stimmt wissen gucken schauen internet austesten einfach 24 24 24 sleep only ja genau 24 stunden schlafen man muss man auch auch nicht jagd ich glaube ich weiß es ist ich wette das ist mir doch diese komische stimme mal gucken wer als heute als erstes abnippelt abverreckt auch wieder ganz schön lange hier ja das nicht noch dass er entweder wenn es so lange dauert heißt der klar verlassen war noch ganz lange braucht so zwei drei minuten ja siehst du sie müssen mich nicht mehr verblenden warte bleiben wir stehen bleiben wir stehen ja warte ich will diesen seiten kommt sie ruhig neben mir doch egal nein doch doch ich weiß nicht die schon wieder da verlasse ich lieber freiwillig und du das machst du ach soweit bei mir in der jacke ist komm dann mal kurz ich denke in ja kein jacke einstellen jacke wegmachen bis wieder am bodem krabbel ja nach dann die hängt jetzt auf na ich muss er retten dann das ist dann gut für mich aber der leihert sie mich an Oh, die Musik wird lauter. Ich hab's dir geblendet. Na ja auch. Oh, die wurde angeregert. Die geht dir? Na ja, das ist gut. Na, ich muss das erretten. Dafür muss ich kotzen. Ich verspricht dir, ich helfe dir gleich. Oh, ich bin getroffen worden. Komm her. Ich hab's so fast getroffen. Komm her. Komm zu mir. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Treffen musst du mal lernen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Warte. Noch nicht. Oh, Scheiße. Komm her. 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 Oh nein ich sehe sie. Dürr und dort leben Laura wir haben nicht die Achtung ja genau hallo die folgt hier nur achten lasst du dich nicht an kurzen ich hab's auseinander kommt komm rein 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 das wollte ich machen komm her lass mich machen ich habe keine naschenlampe ein ist ausgegangen ich wollte ich gleich okay baby okay ja man muss mein clip machen ich kann darauf runter springen ja ich bin gegenüber was hat ist hat sie vor ich bin im schrank komm zu dir kann ich gleich einen clip machen weiß was ich meine hat mich angekotzt ach nee hat es dich wirklich angereihert ja so hier guck die müssen retten nicht ich nicht momentan ist keiner hier die versteckten sich im schrank ich renne okay nein 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 komm ich lass jetzt runter ja guck mal guck mal guck mal ja irgendwo die aufgabe erfüllt was immerhin wo die aufgabe erfüllt ja gucken sie mir zu einfach das war eine kurze runde ja für mich für das lange runde mal wieder ja 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 auch baby reagiert das etwa nicht na kannst du dich entscheiden machen danke du hast den platz weg genommen guck mal guck mal ja du hast mich nicht voisin naja ja ja du hast dich nicht ich weiß nur dass er nicht Glück machen kann du bist doch vorab genüffelt ich halte den Ausgang frei kakotzen allein jetzt kennst du Jawohl, nicht so. Ach doch! Ich hab's doch geläuchtet! Machst du mal einen klippigsten Gerritter? Ja, hab ich. Hab ich das gut gemacht? Ja. Was mach ich? Ich blende sie. Tut mir aber leid. Mach bereit. Aufwerten. Aufrüsten. Ne, was? Auf fortfahren. Anzbelohnung anzeigen. Ich muss das Ganze direkt einlösen. Na direkt musst du nicht. Ist egal, wann du einlust. Weißt du das nächste auswählen? Na warte. Kommt da jetzt nichts bei dir? Warte mal kurz. Ist noch nicht verfügbar? Wer sagt die Aufnahme? Ruf zu Minuten 16. Ja. Warte mal kurz. Geht zum Auge, den rechten. Rechts. Das ist noch nicht freigeschreit. Na kannst du drücken. Warte. Warte. Geh mal oben auf die zwei. Also da wo. Ganz oben rechts. Oben rechts. Also weiter rechts. Na wo die Pfeile sind da. Mach mal. Geht nicht. Geht noch nicht gut. Ist noch gesperrt. Da wird die andere obere aus. Ne. Links. Links. Runter. Runter. Ja genau. Nein. Ja. Die ist einfach. Du musst bei deinem Killer 20 hier. Du musst bei ihm 20 Sekunden bleiben. Müsste ja easy sein, gell? Stimmt's? Was muss ich machen? Muss ich auch eine Blutgerinnsel legen? Hm. Aber da. Da steht versteckt dich 20 Sekunden lang im Terraradius des Killers. Das heißt du musst in der Nähe bleiben. Und du musst bei dem Blutsch entstehen. Du brauchst Blutdings. Also muss ich beides machen. Ja. Wollen wir gleich eine Neuaufnahme stoppen? Jetzt schon oder noch eine Folge. Äh, Ding. Na ich würde mal eine neue Folge anfangen. Na weißt du wie lange die Runde geht danach? Nein. Klinkt schon. Äh. Was? Wollen Sie? Warte. Ich schau grad das Palutenvideo an. Ist grade da. Oh man. Also von bei Twitch jetzt was läuft. Ja. Naja. Ich muss kurz weiter hochladen. Bisschen nebenbei. Warte. Na sag du deine Entstelle. 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 Bye bye und ante. Tschüss. Tschüss. Lass doch dein Handy über die Bedecker. Das werden sie schon, denke ich mal. Und wir hoffen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.